Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Stolz-Box-Sortieren-Knopf, wo bist du? Jedenfalls nicht hier. Trinken wir gleich ein paar Mal. Trinken wir mal. Sehr gut. So, jetzt forst ich mir noch ein paar. Und die Häuser. Natürlich unten beginnend. Ich habe jetzt da aus eingeloggt. Hier war ich schon. Ich weiß nicht, ob die irgendwann spawnen. Aber anscheinend war ich hier überall schon. Ich glaube, da brauchen wir gar nichts schauen. Da fliegen wir mal gleich weiter. Kann man das nicht irgendwie... ...so mit dann Klicks irgendwie markieren? War ich schon? Geht das hier wieder? Na gut, wohin dann? Ja, einfach mal geradeaus. Ja, also wie gesagt, wir sind auf der Suche nur noch nach so einem Plei-Ding. Ich weiß auch nicht, wo man das findet, ehrlich gesagt. Da unten ist jetzt halt... Da unten ist jetzt halt... Ja, wir könnten so ein bisschen rot nochmal landen. Weil es eigentlich eh wurscht ist, wo wir rumfahren. Das können wir nachher auch noch. Da brauche ich irgendwas zum Reparieren, da ich sehe was. Ein nützliches Add-on wäre es an Kollisionserkennung. Dass der automatisch bremst, wenn eine Kollision im Anflug ist. Halten wir den da an. Der ist weit weg. Vielleicht ist es ja was Tolles, wenn er ganz, ganz weit, weit weg landet. Die brauche ich eigentlich überhaupt nicht mehr da, aber... Scheiße. Ich wollte, dass das zahm fällt. Was ist ja gar nicht, wenn ich... Kann ich ja auf die Gebäude rauf und rumlaufen? Denkt man schon, ne? Da ist auch nicht viel. Was ist denn das da? Was ist denn das da? Was ist denn das Loch jetzt hin? Das ist ein bisschen nervend gewesen. Wie gesagt, super game Freue mich schon, wenn es weiter geht Freue mich wirklich schon Und Ja Freue mich, wenn es weiter geht Mehr kann ich nicht sagen Aber ich kann jetzt nicht die ganze Zeit immer das gleiche machen Immer kann ich schon Das würde aber wahrscheinlich auch von euch Nimm unten interessieren Scheiße Sollen wir so, der Turm blinkt noch Ach, das hat er wenigstens noch am Strom Machen sie den normalsterblichen Landen da Bob festhalten Ja, ja, ne, festhalten Nicht draufstehen Bob Bob, tu doch was Weil irgendwer weiß, woher der Spruch ist In den Kommentaren damit Bekanntes Spiel Schnell mal Pennen gehen Aber das mit der Farbe ist schon mühselig Ich meine, ja, es streckt jetzt wirklich schon langsam die Content ordentlich Aber Wie gesagt, es ist schon mühselig Also Ich will eigentlich nur das bemalen Und muss für innen Kann mit einmal Wo ich sechs Pflanzen brauche Für einmal innen und außen Kann ich da auch wo hin Kann ich für innen einmal Zehnmal kann ich was machen Und dann ist es vorbei Und das muss ich aber innen und außen Separat noch machen Sogar Das ist das Harte dran Dass ich sie für draußen nochmal brauche Ja, ich weiß Da kann man sagen Ja, boah, ist die Zeit Farms halt Ja, schon Aber es wird dann schon Vor allem wenn man bei einer so einer Station Wo ich hier bin Dann ungefähr Drei Kriegt Oder so Ist drei halt nicht weltenviel Mit drei meine ich Oh, Datenpad Im Mose ist Fandregal Mit drei meine ich Drei Blumen braucht man Und von zwei Sorten Drei Blumen Also sechs Drei solche, drei solche Aber man kriegt sie so schwer Was das eigentlich schon Nicht mehr Spaß macht Wirklich Das ist Artet eigentlich Eher schon mit der Arbeit aus Ja, vielleicht ist sie so gewollt Ja, ich weiß es nicht Vielleicht sagt der Entwickler Ja, Mann Ist so Kann schon sein Ich werde das andere Zeug nachher wegwerfen Wenn ich so viel Platz verbrauche Aber das behalte ich mir Diese Goldbahn ähnlichen Teile Sind echt cool War ich da? Was? Die Epoxid werde ich dann schmeißen Was ich mitnehmen werde Ist das Glas Das suche ich mir dann nochmal raus Da kommen jetzt die Blumen Die ich brauche Nur glaube ich Dass ich da noch mehr brauche Das ist so für ein Arsch Ich meine Der Entwickler weiß ja Was ich benötige Auf der Stufe Nein Da ist nichts drin Ja, ja Die Virusinfektion Kannst du da schon mal laden Und wohin stecken Weil wir wissen ja alle Dass um das nächste Eck So eine Blume steht Die das heilt Oh, schau mal Wie ist es geheilt Ich meine Das sind für mich Gute Ansätze mit dem Virus Aber wirklich Eine Gefahr hat Bis jetzt noch keiner dargestellt Warum kann ich auf den Gann Eigentlich nicht schießen So Weg 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 Weil das sind die Sachen Die ich hier nicht so toll brauche So Und das Glas Würde ich jetzt gerne mitnehmen Das Rinder Jetzt habe ich ja schon gesehen War ich schon Ja Das Glas wäre cool Das passiert mir ständig bestiegen Obwohl ich genau weiß Dass das Loch da drin ist Aber mein Hirn Mein Hirn Sagt nein Und läuft da jedes Mal drüber Zummerfreund Mein Freund Licht aus Nichts mehr So Wieder was gefunden Wieder was nicht gefunden Wir werden jetzt noch mal In den Underdust gehen Immunität ist Decreasing Diseases Machen Seher Machen Ja Das ist behindertes Stufen gehen Wenn man dann rückwärts Gleich weiter rennt Und dann unten ins Verderben stürzt Aber gut Sonst schaut es gut aus Eigentlich alles Ja Wir stehen hier Beim Blümchen Kann man herstellen Kann man herstellen Da Use the printer Use the printer Use the printer Eine Kreuzblume Und zwar so klar Dass eine fehlt Oder Aber sowas von Sonnen Ja 15 Stablings Das habe ich da Alles kaputt Zu einer Bach Also der Kühlschrank Ist schwerst nutzlos Wirklich nutzlos Also das ist nicht nur ein BC Der ist nutzlos Das hält so viel weniger Wirklich lang Das ist Haha Es orientiert sich Absolut nicht Kann man Jeder sagen Was er empfiehlt Aber das ist Das ist für mich lächerlich Der Griller Ah Der Kühler Action Wieder ans Grill Gut Tschüss mal Gehen wir mal wieder In den anderen Das Wissen Aus dem Turm Hinter mir ein Stück Ich werde es probieren Ich werde es probieren aber jetzt doch nicht na ja gut wir haben es versucht gehen wir in den anderen da es geht noch ein bisschen farmen ich weiß ja nicht wo wir können auch ein paar rote mitnehmen da unten die kleinen vielleicht mal der ich weiß nicht wie das so ein bisschen tiefer gesetzt ist aber ich glaube das macht die grafik so oh ja da war was würdet ihr auf das glas schießen da ernsthaft müde da packt was schön wenn wir das jetzt wahrscheinlich die ganze zeit da 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 es ist dann ein Der Leo oder irgendeine andere fleißige Kommentatoren hier haben wir ja mal gesagt, mal, ey, du, da gibt es doch so ein Bleiluftschiff. Können wir sagen, wo sie das gefunden haben? Oder auf die Windräder oder auf diese roten da? Irgendwie finde ich das nämlich nicht. So, Bob. Ich komme gleich wieder. Bob, brav sein. Sonst gibt es ja nicht oft Mütze. So, gehen wir. Du kommst mit. Okay. 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 Toll. Das ist mal gleich aus dem Körper. So, zack, rein und geht schon. Außer Busse sind cool. Abwärts, zum letzten Mal in den Underdust. Boah, ein Update, komm. Bin echt schon gespannt, was du zum Spiel machst. Und dann, wir nehmen mal die Kristalle da wieder mit. Was der super tollen Toxic Zone Ich habe wenigstens eine Leiche mal in solchen Spielen, weil in dem Trailer Da gab es ja mehr Leichen, vor allem ist ja zum Beispiel die ganze Welt untergangen Da müssen ja irgendwo Leichen liegen, dass keiner das kleine Tod gegeben hat beim Untergang der Welt Ich meine, das wäre ein sehr gemächlicher Weltuntergang gewesen, okay, aber glaube ich auch eigentlich nicht Ich meine, das wäre schon ganz schön, okay Ah, das ist wieder nicht wirklich was Tolles. Ah, das ist wieder eine Toxik-Zone. 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 Ja, ne, das ist jetzt leider, das beginnt schon wieder. Es fängt eigentlich so ziemlich alles, es kommt immer das gleiche wieder in die Türme. Das heißt, wir sind da wirklich jetzt soweit durch. Ich werde nach dem Part hier ist Schluss. Das Farbe, was mir fehlt, male ich vielleicht bis zum nächsten Plan. Aber wir werden es sowieso auch wieder neu anfangen wieder. Weil spätestens, wenn man mehr Möglichkeiten haben, wird da sicher noch einiges balanced. Was ich dann wahrscheinlich ganz anders gespielt hätte. Ja. Oh, okay. Es ist... Naja, jetzt sieht man auch überall noch was. Übereil ist noch was versteckt. Ich bin nützlich, ich war gerade da unten. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist das erste Einatmen, auf dem klingt es schon sehr heavy. Werdig. Oh, die Scheiße. Frühgast. Okay. Meteoritenbohne. Unten habe ich ja meine, mein einziges Sauerstoff-Auffüllteil. Besser, da ist nichts. Gerade ist verschüttet. Dinosaur. 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 Ich So, da haben wir noch einiges zu mitnehmen, so, das war die Kiste, schaut nicht so was gleich ist. Oh, das ist ja da, das ist ja cool. Ich mag die Umgebung nicht, ich glaube auch, ich bin noch so ziemlich heilig, dass ich im Schnellgang abgrenze, außer nach oben im Labor. Aber da erwarte ich mal, ob ihr mir sagen könnt, wo ich dieses eine Statuen-Teil finde, dass mir fehlt. Also diese Blei-Luftschiff-Statue, die hätte mich noch interessiert. So, aber aus dem Mangel an Zeit, Mangel an Willenskraft, Mangel an ich bin scheiß müde. Nein, das ist aber noch gar nicht so, so spät eigentlich. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist, aber... Ich würde gerne mal etwas früher schlafen gehen. ...beliegt sowieso die halbe Zeit, wenn er nicht, aber... ...wiraus infektion detectives... ...mach gleich mal das reinpfiffen. Das war's für heute. So, können wir in der Datenbank stehen? Und weg. Na gut, dann muss ich die Einrichtung einfärben, noch ein bisschen warten, bis ich die Blumen habe. Okay, ich werde jetzt hier an der Zone nicht weitermachen, weil es bringt das nichts mehr, ich fliege nur mit dem Kreis. Wenn es hier wie so das Luftschiff ist, vielleicht zeige ich das noch her oder kurz, aber eigentlich habe ich es nicht mehr vor. Aber der nächste Patch kommt eh in ein, zwei Wochen ist der da, weil es ist schon Anfang Juli. Und von daher geht es dann sowieso wieder weiter. Jetzt machen wir mal kurz Pause, spielen mit Satisfactory, ein zweites neues Game wie so ein Bleistift, Life Not Supported. Und, dass ich da den Boden färben oder verlegen kann und die alle verschwinden, finde ich einen schweren Barkhoffer, das wir heben, weil ich würde da gerne drunter die Farbe ändern, aber ich habe den Platz, sich das alles umzuschlichten. Von daher, was das, Leute, macht es jetzt gut. Bis zum nächsten Mal, aber dann kommt ein Moment. Nicht vergessen, meine Freunde, gesund bleiben und ciao.